Okay, jetzt dachte ich, da kommt jemand. Darf ich grad die Aufnahme kurz aufgeben? Das kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es vier Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Okay. Hier, hast du was zu trinken? Mir geht's schon viel besser. Ich könnte Bäume ausreißen. Dann ist er gut. Meinst du, mir geht es besser? Ich hab so einiges gehört. Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wo hast du das denn aus? Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen, deshalb frage ich nach. Du hast ne zu große Schnauze für meinen Geschmack. Wird Zeit, dass sie die jemand stopft. Er ist gewandt, als ob er selbst hinter ihm her wäre. Ich hab mir das schon gedacht. Ich bin nicht auf Fokorn einschlagen, sondern auf mich. Jetzt geht's, Sir. Immer fest und auf! Schlag zu! Schlag zu! Schlag zu! Schlag zu! Seil Sie! intentional wird allein sein System der Tanz 517 Q0 Was für ein Idiot. Die vorherbestimmt zu sterben Du musst um Hebran reden Denn er hat eine alte Münze bei sich Leute, die alte Münzen bei sich tragen Hey, komm mal her Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich Und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung Du hast es erraten Ich würde sie dir sogar verkaufen Wow Aber trotzdem, ich wollte mich krass heilen, was zu erzählen Und alle toten Leute hier haben immer eine tote Münze Äh, eine tote Einmal habe ich übergelegt Äh, alte Münze bei sich Als ob ich nicht schon mal muss Oder man findet sie Irgendwann wie gefrandet Wo hast du das denn schon wieder her? Und nein, ich habe das nicht absichtlich gemacht Ich wollte, ich fand die sehr, ähm Ich fand das einfach so toll Ich hab das nie gemacht Ähm, ich hab die Option noch nie ausgewählt Darum wollte ich es erstmal tun Und zweitens, weil ich es einfach so toll war Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt Hey Was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre Ich hab das schon gedacht Was sonst? Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich im Gold schwimmen Genug um den Rest meines Lebens jeder Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen Ich werde mich da nicht einmischen Oder du wirst tot sein Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt Das gehört dazu Wenn du reich werden willst, musst du schon was riskieren Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Hm Warum nicht? Was zahlst du? Von mir hatte das nicht Hm Ich hab für so etwas keine Zeit Du bekommst die Hälfte der Beute Das hört sich gut an Aber ich warne dich Verarsch mich nicht, sonst wirst du es bereuen Und noch was Ich will keine Waffe oder anderen Krempel, den du hier aufsammelst Mich interessiert nur das Gold Kapiert? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrochen Okay Wenn wir nicht gekommen wären Ich denke, wie du meinst Ich kann mir auch was besseres vorstellen Ich kann das nicht glauben Ja, der ist eh fast tot und hat keine Waffe mehr Mal mit Kion reden Was hast du anzubieten? Ja, ich weiß, es ist gerade etwas schlecht hier In der Position, in der ich gerade stehe Brauche ich Informationen, brauche ich von ihm nicht Ach, Bruder Hä? Was? Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen Aber Um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal Ich will nur ein bisschen Gold Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den... Sind aus der Stadt Ihr seid Banditen? Vorsicht Du nimmst den Mund ganz schön voll Entspann dich Ich verpfeife dich nicht Das will ich für dich hoffen Ansonsten bist du tot Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung Wir überlegen noch Ihr könntet in die Burg gehen Da bringen mich keine zehn Pferde rein Nicht zu den Paladinen Ich gehe nicht zurück in den Knast Ich war einmal drin, das reicht mir Weswegen warst du im Knast? Die Schweine haben mich wegen Wilderei drangekriegt Wegen zwei lumpigen Hasen Zehn Jahre haben sie mir dafür aufgebrummt Das war alles? Na gut Ich habe mich natürlich gewehrt Und? Ich konnte nichts dafür Der Typ ist gestolpert Und hat sich sein Genick gebrochen Ehrlich Kommt mir bekannt vor Du verstehst mich Die reichen Säcke wissen gar nicht Wie wir behandelt werden Das kümmert die überhaupt nicht Genau Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Ein Tier hat mehr als nur Fleisch Du kannst die Felle oder Krallen verkaufen Das kann ein ganz schönes Simmchen einbringen Ich kann es kaum erwarten Einen Drachen in die Finger zu bekommen Zeig mir das Ausnehmen von Drachen Damit du die Kohle ganz allein schäffeln kannst, was? Na gut Aber das kostet dich tausend Goldmünzen Das schaue ich doch Das ist fair Zeig mir, wie man jagt Such nach einer weichen Stelle am Bauch des Drachen Da ist es am leichtesten, an Drachenblut zu kommen Zeig mir, wie man jagt Du brauchst viel Kraft, um die Schuppen eines Drachen zu bekommen Aber du schaffst das schon Was weißt du über die Drachen? Ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt Du weißt schon Jungfrauen, Gold, Feuer spucken und so'n Zeug Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt Es gibt keine Lücken Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen Niemand kommt da durch So, so Okay Naja, eher nicht, aber ich schon Hey du Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen Ach Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern Von den Drachen ganz zu schweigen ist nur eine gut gemeinte Beahnung Von mir hatte das nicht Dann kann ich halt glücklich sein, dass er mich gewarnt hat Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Ich weiß doch nicht, wo es ist Wir brauchen keine Wichtigtuer, die uns rumkommandieren Immer wieder das Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen Haben wir ihm mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten Es gab eine Keilerei Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen Man darf hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet Vielleicht, vielleicht auch nicht Das höre ich zum ersten Mal Ihr wollt also Drachen töten Klugscheißer, weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Meinst du, dass Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? Das braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen Verstehe Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erst mal auskundschaften, wo wir die Viecher finden Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt Wow Hier brauchst du das nicht zu sagen Ich glaube, ihr findet nicht mal ein blindes Schaf Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen? Das kann nicht ewig so weiter Loll, der Kerl ist Anfänger Gib alles! Dem hast du's gezeigt So wie der gerade gekämpft hat, war der blutige Anfänger Im Allhandkampf Ich wär mir da nicht so sicher Und so jemand will da töten, also Da kann ich nicht gleich mit Darüber reden wir noch Darüber reden wir noch Das hat er doch vorher gewusst Eintopf, der beste Heiltrank im Spiel Das hat er doch vorher gewusst Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt Das war doch seine Entscheidung Das hat er doch vorher gewusst Da kann man sich nicht drauf verlassen Ist ja schon gut, du hast gewonnen Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht war? Ich kann dir einen guten Rat geben Und der ist sogar ganz umsonst Wir können hier niemanden gebrauchen Der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt Geh nach Hause Das ist eine Sache für ganze Kerle Für ganze Kerle so wie ihn Der sich von einem sogenannten halben Kerl Einfach mal umschlagen lässt Okay Klar Ist ganz logisch und so Ein ganzer Kerl Mein kleinsten Drachenfurz umfällt Ja, die Beschreibung passt wirklich gut auf ihn Ach ja, stimmt, ich kann mich jetzt nur wie Buck teleportieren Ist mir gerade so eingefallen Da gibt es wenigstens ein Bett und ein Alchemie Tisch Ähm Jetzt nehme ich zwei Tränke der Stärke Ja, nicht zwei, sondern Mach mir aus all meinen Zutaten einen Was, so wenig Rohstoffe? Wie viel habe ich denn jetzt? Vier Achso Gluck 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 Hundertfünfzig Stärke Oh yeah Die hässliche Barbarnstreit-Axt Ja stimmt, der Milton ist gar nicht mehr da Aber da drin gab's Betten Oder? Ach nee, gab's keine Betten Verdammt Verdammt Junge Man darf halt nicht alles glauben, was man hört Ich bin ganz deiner Meinung Du hast geschlafen und bist ausgeruht Ritter, die mich komisch anstarren Ach, wer ist denn da? Kenn ich dich nicht? Du bist Chor Angar Du warst Templer im Sumpflager Nenn mich Angar Meinen Titel habe ich abgelegt Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst Kannst du ja keiner hören Seltsam Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor Ich kann mich aber kaum an dich erinnern Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können Ständig diese Albträume Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme Ich bin tagelang umhergeirrt Bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin Frag mich nicht, was passiert ist Ich weiß es nicht Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren Das ich schon seit Jahren besitze Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde Wer hier vor allem einfach auf seiner Templerrüstung Dieses Schläfersymbol drauf hatte Wird sich das jemals ändern? Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen Damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann Sag mir, dass du das nicht gewusst hast Ich habe etwas von Drachen gehört Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen Ich denke darüber nach, mich ihnen anzustehen Ich habe schon gedacht Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist Dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen Diese Stimmen, sie wurden immer lauter Und dann, als es vorbei war Verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht Ich habe sie nie wieder gesehen Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde Ich schätze, es ist mir gestohlen worden Ich muss es unbedingt wieder haben Meine Meinung will ja keiner hören Toll Vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden Warum nicht? Hilfe kann nicht schaden Was ist mit den Drachenjägern? Ich werde später mit ihnen sprechen Vielleicht können sie noch einen starken Arm gebrauchen Wann willst du gehen? Sobald ich mich wieder besser fühle Wird sich das jemals ändern? Wo willst du suchen? Ich werde in den Süden gehen Dort, wo ich als letztes gewesen bin Es gibt dort ein Höhlengrab, das von vielen Fittlingen umgeben ist Ich glaube nicht, dass ich da auch was ändere Ich muss gehen Pass auf deinen Rücken auf Das leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen Ich glaube nicht, dass ich da auch was ändere Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht behelfen Was hat er da vorher gewusst? Hey, du Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor Was sonst? Das habe ich noch gar nicht gewusst Hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Das war doch klar Ich habe keine Gruppe Ich bin Trophäensammler Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe Dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin Da kann ich keinen anderen gebrauchen Ist das wirklich wahr? Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn Die haben ganz andere Probleme Die meisten sind froh, dass sie noch leben Mit der Moral der Jungs steht es nicht zum Besten Das wird noch ihr Untergang sein Ich meine, schau dir doch mal die schartigen Klingen an Mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen Jeder vernünftige Krieger würde da doch sofort desertieren Wird sich das jemals ändern? Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei dem Paladin vorbei und trete ihn in ihre fetten Ärsche Idiot, gegen die Drachen natürlich Was hast du denn gedacht? Ich wäre mir da nicht so sicher Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen Hast du keine Angst, dass da jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Silvio! Dein Boss glaubt wirklich, er kann hier absahnen, was? Ich gehöre nicht zu Silvios Leuten Ich arbeite allein Oh, na schön Da will ich nichts gesagt haben Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt Silvio war hier? Hier in der Burg, meinst du? Ja, war er Aber nur kurz Hat ein paar Takte mit den Leuten hier gesprochen und ist dann wieder losgezogen Das ist doch alles nur Gerede Wo ist Silvio jetzt? Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen Er soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist Wow Du scheinst sie nicht zu mögen Was heißt mögen? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen Silvio hat keine Freunde Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen Das ist nichts für mich Ich arbeite allein Ja, das mache ich auch gern Ich glaube nicht, dass ich da was ist So einsamer Wolf und so Kannst du mir helfen, meine Waffen zu verbessern? Verbessern? Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst Vielleicht habe ich da etwas für dich Interessiert? Ja Was kannst du mir fragen? Ich schätze, ich habe das, was du willst, Kollege Oh, ein schwerer Ein schwerer Kriegshammer, soll ich ein Streithammer sagen Meinst du mir geht es besser? Krummschwert Einige wissen gar nicht, wie sehr sie sich versündigen Wie sehr es sich nicht versündigen Bei mir öffnet keiner was War genauso wie du sagst Ich finde die Schlachtnacht cool Wenn ihr das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen So Da bin ich wieder Ich habe erst gerade ein Eis Muss ich jetzt nicht hier so laufen, weil ich die Maus nicht nutzen kann? Ich habe was anderes gehört Gut, dass du kommst Hier ist die Hölle los Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt Und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr Sengrat stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand Sengrat wurde davon wach Und ist einfach in die Nacht zu den Orkpalisaden gerannt Und kam seither nicht wieder Innos steh uns bei Okay Ich mache gerade Essen und so Aber Jetzt hat er da vorher gewusst Ich denke mal Ich muss erstmal in der nächsten Folge hier Mit den Reden Noch mehr Ärger kann ich nicht Und so Denn Ich werde jetzt noch WoW spielen Und dabei müsste er irgendjemand auf dem CS sein Der hier mit mir spielt Oder spielen kann Zumindest Und dann würde ich mal sagen Wer den Part, je nachdem wie es euch gefallen hat Kommentiert was ihr kommentieren könnt Bei Hilfe, Fragen oder Kritik Immer in die Kommentare damit Lasst gegebenenfalls ein Abo da Und Sun Bros Praise the Sun Jau